Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei TIE Fighter mit Browser XL. NL1 ist im Dienst, Throne ist wieder auf seinem Schiff und was machen wir noch hier? The Space Station NL1 is complete. An Imperial Task Force is on its way here to relieve us. We are to protect the station and its new system patrol craft until Imperial Reinforcements arrive. A standard defensive posture is to be maintained until our main forces arrive and relieve us. The Space Station NL1 is complete. Also warten auf Ablösung. Naja, das kriegen wir hin. The construction of Station NL1 is complete. Final preparations are being made to make the outpost fully operational. Vice Admiral Throne Star Destroyer Stalwart has just completed delivery of two IPV1 system patrol craft. These high-speed craft will be used to monitor and inspect vessels passing through this sector. The Victory Class Star Destroyer Stalwart will depart shortly to escort the final convoy to this station. During its absence, you will fly Space Combat Patrol to protect against rebel attacks on the station. The rebels and their pirate allies continue to attack this region of space fiercely. Protect the station and the two new patrol craft against enemy attack. You will be flying an assault gunboat designated Tau 1. You will be paired with one wingman. Your craft will be specially equipped with twelve proton torpedoes. The rebels will be staging a last-ditch effort to disrupt and destroy the imperial efforts in this sector. The attrition from previous engagements has stripped the rebellion of its medium-sized capital ships. However, they still have plenty of assault transports and captured stormtrooper transports. Expect these to be used in the coming battle. Be alert for an opportunity to capture members of the rebel staff. The rebel battle commanders are typically aboard the transports. It is from here that they direct their forces during the action. Be alert! Be alert! Intercept any attacking craft! Luft! So, wir sind allein, da ist die Station, das sind die Patrol-Crafts und die Ladweg. Führ rüber diese Shuttle, okay. Ich glaube, so vier Stück sollten reichen. Ich weiß es nicht wirklich, vielleicht nehmen wir auch nur zwei. Das riecht nach Ärger. So, den holen wir uns mal kalt. Schlecht den hier. Shuttle Elektra. Hallo, mein Freund. Und wir holen uns mal den da. Na, wer hätte das gedacht, dass wir den so schnell finden? Ich hätte jetzt erwartet, der kommt gleich erst, aber nein. Wir haben A-Wings auf zwei Kilometer, das heißt, ich muss jetzt echt schnell sein. Wunderbar. Target destroyed. The modified Frigate Ludwig is under attack. Elektra muss nur noch gecaptured werden und wir müssen halt eben sehen, dass der ganze Kram hier noch zerstört wird. Naja, dann mal so. Was ist denn noch entgegen an da? Okay, komm. Okay, mein Wingman hat's Zeit fressen. Okay, das heißt, jetzt ist es unsere Aufgabe. Dann mal los. Oh. Oh, warum nicht? Komm. Ach was. Jetzt sind, komm. 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 Ja! Oh, Mr. Starward also schon wieder zurück. Victory-class Star Destroyer Stolbert has arrived with our reinforcements. Imperial forces are here to relieve us. What do we have to do? Oh yeah, Elektra. There is still an Elektra. Ah, wonderful. Emperor will be pleased. Secret mission objectives completed. Excellent. You have helped capture the rebel battle commanders. Mmmmm. Ahh. Die Jungs. So ordentlich plott gemacht. How are the repairs proceeding? The damage caused by the rebel attack is almost repaired. Excellent. I want this installation fully operational within the hour. Yes, sir. We will be prepared for any further rebel attack. Na, wieder was für den Schaukasten. Hübsch. Hübsch. Naja, 6% Lasereffizienz. das war aber auch schon mal besser wir haben alle Ziele erfüllt selbst zerstört euch nichts This last victory ensures that the rebels will be driven out of the Pakuni Sector for good with strong imperial military presence now in place the empire has secured this sector from falling prey to banditry and piracy you are to be commended for your participation in this operation Du hast uns geholfen, die Rebel-Officer zu beobachten. Excellent. Sie werden uns viel sagen. Da sage ich euch Tschüss und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.